Ihr seid bis zu wie dein Geburtstag, die Anstandspolitik hat verloren. Sensibel gesagt, ihr seid Schweinzler und Schweinzler. Gebt mir lieber ein Sperma aus der Fresse von deiner Alten. Anstatt hier aus Bauer zu machen, ist das klar. Sagt, sag das den anderen, sonst wär's ein leichtes Milchgeschenk für deine Tochter oder für den Zug. Du Hure! Du Hure! Habt ihr das verstanden? Okay, jetzt geht's weiter. Ich habe das nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden.